Hallo du. Oh, ich hab grad voll den Krampf bekommen. Hallo. Hallo ihr. Oh, ich sitze hier so bequem und ich kriege einen Krampf im Fuß und ich denke mir so, nein. So, heute widmen wir uns Kristalle. Ja. Oh. Oh Mann, ey. Ey. Ich so, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Vor der Aufnahme direkt so, Wurp und Krampf. Und kennt ihr das Gefühl, wenn man dann versucht nicht zu krampfen, aber ja, das halt wehtut. Und dann denkt man auch, man will so im wahrsten Sinne das so. Wenn man selber das hätte am ganzen Körper, würde man sich in Embryostellung irgendwo hinlegen. Ja. Und dadurch verkrampft man halt noch mehr. So. Wir haben jetzt noch zwei Stunden. Dann muss das doch ausgewachsen sein. Guck mal, das sieht doch aus wie richtige Kristalle, die da raus... Also so. Die müssten doch dann gut sein, oder? Ba, 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 ba. So. Mal gucken, ob wir ihnen was Gutes tun können. Da, 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 da. Ich hab keine Ahnung. Da, da, da. Uh. Die Beziehung hat sich... Ach so, ja. Heute war ja ein Fest, oder? Sonnenwändefeuertopf, okay. Es ist Dienstag. Das heißt, wir können eine Quest annehmen. Aber ja, es ist, wenn es so weit ist. Wir haben unseren Hund nicht gefüttert, fällt mir gerade ein. Aber ja, das können wir heute Abend auch noch machen. So, mit... 13. 13. Was? Ich will... Naja, ich nehm einfach das da. Dann können wir wenigstens unseren Rang bei McDonald's verbessern. Weiß gar nicht. Habe ich die Marmodielen in der Tasche? Joa. Da, 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 da. Ba, 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 ba. Ach so, wir können ja anfangen. Jeden, den wir treffen. Okay, ich sag nichts mehr. Es ist gut, dass wir so einen Auftrag haben, der echt leicht ist. So, den treffen wir ja nicht so häufig, also geben wir ihm eine gute Blume. Oh, die Kinder würde ich gerne auch. Oh, ihnen können wir den Apfel geben. Den treffen wir auch nicht so oft. Ah. Man hat nur eine Freundin hier. Das sagt doch schon alles, oder? So. Hier kriegst du erst mal Duster. Und dann kriegst du auch noch... Den treffen wir nämlich auch nicht so häufig. Die Kleine gebe ich auch mal Duster. Oh, Merlin. Hallo. 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 Oh, oh. Thanks. Oh, oh. Darling. I like this gift. Ihnen würde ich auch gerne nochmal was geben. Und Jinja muss ja sein. Aber ich bin froh, wenn wir Jinja irgendwann durchhaben. Moment. Wir packen das da jetzt erstmal da rein. In der Hoffnung, dass wir das alles... Ich hab keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall geben wir ihr... Da hätte ich mich jetzt krank geärgert, wenn ich das nicht gemacht hätte, ihr den Letzten. So. Fleisch. Ei. Ich hab keine Ahnung, was ich hier reinmachen soll. Davon kann ich einen reinmachen. Davon... Hab ich wirklich Eier gerade gekauft? Och. Ich bin doch... Ein bisschen knusper in der Birne. Ich hab Eier gekauft. Das ist wirklich ein bisschen so, als ob ich das noch bräuchte. So. Wir brauchen den... Wir brauchen Albert, wir brauchen Zanwar. Wir brauchen Wuwa. Ähm... Orange. Gelb. Blau. Orange. Oh, guck mal. Mint. Darling. Hundertprozentig brauchen wir Mint noch. A present? Thank you. Thank you. This is great. Da ist blau. Blau brauchen wir nämlich auch noch. So. Hallo. So, sozial. Wir gucken noch mal. Ihn haben wir quasi durch. Die haben wir durch. Django haben wir durch. Ihn haben wir durch. Ihn haben wir durch. So. Sam. Die haben wir theoretisch auch durch. Außer Albert. Sonja fehlt noch. Nora fehlt noch. Okay. Sonja und... Oh. Na, den haben wir nicht. Furbis haben wir auch nicht. Den haben wir auch nicht. Na, komm. Die Krabben haben wir leider auch nicht gekauft. Ach komm. Ein bisschen werdet ihr noch reinschmeißen. Den haben wir halt leider auch nicht gekauft. Warum haben sie eigentlich nur die Schüter hatten, die wir gar nicht gekauft haben? Guck mal. Da. Fleisch wird immer sehr gut genommen. Ob es eine höhere Wahrscheinlichkeit hat? Keine Ahnung. Da ist Ei. Ich tausche mal eins gegen den Ei aus. Weil Ei wollten vorhin auch so viele. Ich glaube nicht, dass wir Eier gekauft haben. So viele, wie wir da haben. So. Den haben wir leider auch nicht gekauft, den Fisch. Das Fleisch haben wir nicht. Aber die Krebsschere haben wir. So. Komm. Kann man richtig? Gut. Gut. Die Leute ein bisschen. Da hinten ist auch Albert. Wenn wir da schon mal das eine durch haben. Hat er sich das da gewünscht? Oh. Oh komm, ich hab die nicht. Oder hab ich die? Hab ich die einstecken noch vom letzten Mal? Ich könnte nämlich sein. Oh, einen haben wir sogar. Okay. Guck mal, und da haben wir auch noch die da. Es ist die da, die da am Eingang steht. Oder die da. Den Fisch haben wir glaube ich nicht. Habt noch mal geguckt, haben wir nicht. Den Fisch haben wir leider auch nicht. Den Fisch haben wir aber. Guck mal. Guck mal. Nicht du. Da ist Sam. Sam haben wir schon? Haben wir Nora? Nora haben wir noch nicht. Okay. Da ist Alice. Alice haben wir auch noch nicht. So. Wir sind also jetzt grün. Oh. Wir haben einen blauen und einen grünen, den wir noch machen müssen. Einen blauen und einen grünen. Carol können wir auch noch machen. Und Rousseau. Haben wir den hier? Oh, okay. Es gibt halt noch zu viele. Da ist Siva. Die wir noch beeindrucken müssen. Was war denn jetzt noch? Irgendjemand hatten wir... Haben wir Albert jetzt? Nee. Nee. Aber Dolly hatten wir. Wupp. Getroffen. Sie täuscht nur. Au. Die schießen gar nichts zurück. Was ist das eigentlich für ein Spiel, wo sie sich nur anschießen lassen? Oke. Vielen Dank. Oh, das ist gut. Mal. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle. Tobi schenkt mir auch noch mal einen Apfel. Obwohl unser Haustierchen, glaube ich, schon voll ist. Oh so, da. Den müssen wir noch. Und Carol war doch noch. Wo ist denn Carol? Carol hat nämlich nicht mehr viel, was ihr fehlt. Oh nein, ich habe dich nicht getroffen. Oh, Kuckuck ist da. Uh. So. Geh noch mal durch. Ah, ja, Fotoalbum ist voll. Sie machen jetzt noch ein wundervolles Bild. Und ich werde jetzt noch Stoff besorgen. Nein, ich werde keinen Stoff mehr besorgen. Das war es denn auch für heute, Leute. Schön, dass ihr es so geschaut habt. Wir müssen aber jetzt noch ganz kurz mal wegen den Kristallen gucken. Weil, ja. Ah, ich will natürlich auch Kristalle. Ich will den Kristallbaum. Uh, Abzeichen. Ach ja. Und das da würde ich auch noch wollen. Wir gucken mal, dass wir... Guckt mal hier bitte hin. Ich brauche jetzt... Die Marken. Hab ich die hier reingetan? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hatte doch noch welche, oder? Ich habe sie nicht ganz ausgegeben hier. Weil das da habe ich. Das da. Und ich kann mir theoretisch den Rock holen. Ach, guck mal, wenn ich die sowieso da habe. Guck mal, ob ich mir das anziehen kann. Da, da, da. Da, da, da. Oh Gott, warum nehme ich nicht das Pferd? Ah, los. So. So. Habe ich eh nicht mehr. Ja. Ja. Nee, machen wir denn lieber nächstes Jahr draus was. Ziehen wir uns jetzt noch schnell an? Ist jetzt nicht so meins, aber für den Winter gut geeignet. Da, 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 da. Ich will noch sehen. Ich will noch sehen, was aus meinen. Reif. Ernten. 19 habe ich. 19 davon bekommen. Oh, das reicht aber nicht für alle. Aber immerhin. Wie lange? Sieben Tage. Oh. 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 Wie viele davon soll ich bitte schon anpflanzen? Hier ist halt auch nichts mehr. Kristalle, absolut Not. Ich will noch hinten gucken. Ob ich da vielleicht einen habe. Nee. Also hier ist wirklich... Ich kann vielleicht noch in die Geister... Ja, wir müssen halt sehen, dass wir da vorankommen. Das dauert halt ein bisschen, bis wir da weiterkommen. Da, 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 da. So. Ich wünsche euch dann einen wundervollen, wundervollen Tag. Irgendwie sieht das süß aus. Das fährt Katzenohr, dann hat der so einen Fisch in der Hand. Oh. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Mini, Vicky, wenn du das siehst. Ich hab dich so dolle lieb. Schön, dass du immer zuschaust. Bis dann. Tschüss. Da, da, da. Da kann ich Schluss machen. Tschüss. Tschüss.